Heute angeln wir im Tierpark Haag. In diesem Tierpark ist erlaubt zu fischen und das werden wir heute machen. Heute bin ich in einem Zoo und hier gibt es Fische. Und ich habe fünf Stunden voll eingefangen. Und das Video dazu seht ihr auf unseren eigenen YouTube Kanal. Also bis zum nächsten Mal, euer Marc.